Im Modeln ist man, vermarktet man sich selbst und das, was man ist und sein Aussehen. Als Steuerfachangestellte ist man einfach, man ist für die Mandanten da. Gerade dieses Alltägliche gefällt mir daran so gut. Das Beständige und die Regelmäßigkeit. Also ich kann da ehrlich sein, ich finde den Beruf nicht langweilig. Es ist wie ein bisschen Knobeln. Ich fand es in der Schule schon immer toll, Formeln auseinander zu machen und wieder zusammen zu machen. Das macht mir einfach persönlich Spaß. Überrascht hat mich an dem Beruf, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, ist, dass man einem Mandanten wirklich privat helfen kann, aber auch betrieblich. Wie kann der Mandant das Bestmögliche rausholen mit dem, was er vorhat? Es gibt da so viele Möglichkeiten, einen Mandanten zu beraten. Ja, wenn man bei einer Castingshow für Steuerfachangestellte weiterkommen möchte, müsste man mitbringen. Ich spüre Zahlen, Interesse an Steuergesetzen und Spaß am Umgang mit Menschen. Es hat Spaß gemacht. Es macht auch noch Spaß, wenn ich ab und zu mal sowas mache, aber es ist jetzt nicht, dass ich da total trauernd hinterher hänge. Ich habe eine gute Alternative gefunden. Wenn ihr wissen wollt, was den Beruf sonst noch so ausmacht, dann schaut euch unseren Image-Spot an. Kimmacher Kimmacher people Kimmacher Kimmacher Lebensformic Wie bist du Leute, wir brauchen damit üben. Kimmacher 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 Kimmacher